Willkommen zu der Photoshop. Hier könnt ihr euch auch schön fotografieren lassen. Mal am Strand mit Sonnenuntergang. Einfach mal ein schönes Fotoshooting. Solche schöne Bilder bekommt man halt zu Hause nicht. Kann man halt auch mal was Schönes machen. Schaut mal hin, die großen Bilder. Ein Herz mit zwei Palmen. Zum Sonnenuntergang. Einfach nur schön. Da kann man sich halt auch mal schön fotografieren lassen. Und man muss halt mit denen kann man auch handeln. Sollte man auf jeden Fall machen. Dass man dann einfach den Preis annimmt, sondern auch schön handelt dann.